Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Hier hast du einen Mann, welcher für 40 Jahre ein normales Leben führte. Plötzlich wurde ein politischer Anführer, militärischer Anführer, religiöser Anführer, Staatsgewalt, Lehrer, Imam, all das passierte in nur 23 Jahren. Unmöglich. Wir werden nun den besten Menschen aller Zeiten kennenlernen und dieser Mann ist Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Muhammad sallallahu alaihi wassalam, er war ein Mann, der vor 1400 Jahren lebte, in einer Gesellschaft, die ihre Töchter lebendig begruben. Und Muhammad sallallahu alaihi wassalam, er stoppte diese abscheuliche Tat. Er sallallahu alaihi wassalam lebte in einer Gesellschaft, in der Prostitution weit verbreitet war. Es war überall. Ungerechtigkeiten waren verbreitet, wirtschaftliche Ungerechtigkeiten. Und der Prophet sallallahu alaihi wassalam, er brachte Gerechtigkeit. Nicht nur auf der arabischen Halbinsel, sondern auf der ganzen Welt. Und er sallallahu alaihi wassalam lehrte uns, dass wir die Verwandtschaftsbande mit denen pflegen sollen, die sie nicht zu uns pflegen. Und er sallallahu alaihi wassalam lehrte uns, die Wahrheit zu sprechen, selbst wenn sie gegen einen spricht. In einer anderen Begebenheit schlief der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihn auf einer Palmfasermatratze, die so hart war, dass man die Spuren auf seinem Körper erkennen konnte. Als Umar radiallahu anhu das Zimmer betrat, fing er an zu weinen und sagte, O Rasulullah, nimm zumindest etwas Weicheres. Ich kann es nicht ertragen, dich so zu sehen, ja Rasulullah. Ich halte es nicht aus, dich so zu sehen. Und er sallallahu alaihi wassalam sagte, Was will ich von dieser Dunya, o Amar? Was will ich von dieser Welt? Muhammad, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sah zu, wie seine Gefährten gefoltert und ermordet wurden. Mit eigenen Augen. Sie haben ihn boykottiert und ihn mit Steinen beworfen, bis das Blut seinen Körper hinunterfloss. Und warum das alles? Weil er sallallahu alaihi wassalam sie zu La ilaha illallah rief. Er rief sie dazu, dass niemand das Recht auf Anbetung hat, außer Allah. Zu dem Glauben an nur einen anbetungswürdigen Gott. Und er sallallahu alaihi wassalam lehrte uns, dass keiner vollkommen gläubig ist, bis er nicht dasselbe für seinen Bruder wünscht, was er für sich selber wünscht. Suhail ibn Amr wurde gesandt, um mit dem Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihn, zu verhandeln. Vor Sulh Hudaybiyah. Und er sagte, ich besuchte den römischen Kaiser. Ich besuchte auch den persischen Kaiser. Und ich besuchte auch den Najashi, den Negus von Abyssinien. Aber ich habe noch nie in meinem Leben einen Anführer getroffen. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Anführer gesehen, der so sehr von seinen Anhängern geliebt wird. Und so sehr von seinen Anhängern respektiert wird, wie der Prophet sallallahu alaihi wassalam. Ich habe sowas in dieser Welt noch nicht gesehen. Dann sagte er, tut was immer ihr wollt, das sind Leute, die ihren Anführer niemals aufgeben werden. Deshalb sagen wir euch heute, ihr könnt tun und erzählen, was ihr wollt. Wir werden den Propheten sallallahu alaihi wassalam niemals aufgeben. Und er sallallahu alaihi wassalam sagte, in Bezug auf uns, ich vermisse meine Brüder. Und Abu Hurayra, der auch anwesend war, er fragte ihn und sagte, sind nicht wir deine Brüder? Rasulullah sallallahu alaihi wassalam, er schaute ihn an mit einem ermüdeten Blick. Leicht traurig, und er sagte, o Abu Hurayra, ihr seid meine Gefährten. Meine geliebten Geschwister sind diejenigen, die an mich glauben, ohne mich jemals gesehen zu haben. Er meinte uns, liebe Geschwister. Das war sch counter. Untertitelung des ZDF, 2020